Reisig ist eine allgemeinsprachliche Bezeichnung für dünne Zweige. Andere Bezeichnungen sind Reiser und Süddeutsch-Wied. Forstlich steht Reisig jedoch für Reisigholz mit bis zu 7 cm Durchmesser, sofern es nicht Stangenholz ist. Verwendung Am Boden liegendes Reisig darf, abhängig von dem jeweils geltenden Kommunal- oder Landesrecht, im Wald von jedem gesammelt werden, ohne einen Waldfriffel zu begehen. Im Land Berlin ist der Erwerb eines Raff- und Leseholzscheines erforderlich, im Freistaat Sachsen kann eine Mitnahme gestattet sein. Reisig dient als Brennmaterial, hat allerdings keinen hohen Brennwert. Insbesondere Fichtenreisig eignet sich gut zum Feueranzünden. Es wird mehrfach zu einem faustgroßen Packen gefaltet und in der Hand angezündet. Erste das Reisig angebrannt, wird es unter das Brennmaterial gelegt. In vormals ärmeren Gegenden, wie zum Beispiel auf dem großen Heuberg, wurde früher, um den geringen Brennwert zu kompensieren und die Lagerung zu vereinfachen, Reisig gesammelt und zu Reisbüscherle gebündelt. Mit diesen Bündeln konnte beispielsweise ein Kachelofen beheizt werden. Reisig wird auch zur Herstellung von Besen verwendet. Hierbei werden meistens Birkenreiser verwendet. Im Garten werden Reiser der Rotbuche als Erbsenbrecken eingesetzt. In gebündelter Form als Verschiene dient Reisig im Deich, Böschungs- und Wasserbau nach wie vor als befestigendes Baumaterial. Fichtenreis wird auch zum Abdecken von Gartenpflanzen über den Winter benutzt, um eine Dämmende-Lufthülle bei Schneefall zu schaffen. Insbesondere Wacholderreis wird zum Räuchern von Fleischwaren wie Speck verwendet. In der Pflanzenverredelung werden Edelreis- oder Pfropfreiser zum Züchten eingesetzt. 30 Bündel von Laubbäumen wurden früher als Schaflaub zur Winterfütterung für Wildtiere und Hausschafe verwendet.